Einen wunderschönen guten Tag, wünsche ich euch schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Heute ist NFL Football und zwar nicht Preseason, nicht irgendwie Trainingscamp oder sowas. Regular Season beginnt heute Nacht. Nächste gute Nachricht ist, wir haben morgen Nacht auch ein Spiel. Samstag ist College Football, Sonntag ist wieder Football, Montag ist wieder Football. Das heißt, von jetzt bis nächsten Dienstag haben wir jeden Tag Football. Wie geil ist das? Extrem geil. Heute Nacht geht es wie gesagt los. Ich tippe jedes einzelne Spiel für die erste Woche, gebe ein bisschen meine Begründung dafür. Ich habe vergessen, dass es einen Lock der Woche gibt, tatsächlich. Das ist mir gerade, als ich die Grafiken erstellt habe und überlegt habe, auf wenig tippe, ist mir das eingefallen. Von wegen, oh fuck, es geht ja die Zeit wieder los, wo ich Geld spenden muss, wenn ich meinen Lock der Woche falsch habe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie viel ich letztes Jahr spenden muss. Ich glaube, sechsmal irgendwie sowas. Ich glaube, in 18 Wochen sechsmal kann hinkommen. Also ja, wir fangen direkt von Anfang an an mit dem Lock der Woche. Ich habe auch direkt von Anfang an gesagt, ich darf nicht das Spiel mit dem höchsten Quotenunterschied oder dem höchsten Favoriten auf jeden Fall nehmen. Wenn ihr mitmachen wollt, seid ihr herzlich dazu eingeladen, mitzumachen. Ich erkläre euch das dann immer in den Spieltagsrückblicken. Da sage ich auch, wo das Geld hinging, falls ihr euch anschließen möchtet. Falls ihr also jetzt einen Vorschlag da lassen wollt, wo wir den ersten falschen Lock der Woche hinspenden können, dann macht das sehr, sehr gerne heute hier in den Kommentaren oder schickt es mir irgendwo per DM. Ansonsten würde ich sagen, wir gehen rein ins Video. Football! Vorhin noch ein, was habe ich vergessen. Ich wurde gefragt, ob ich eine Watchparty mache, also ob ich einfach einen Livestream mache, heute während des Spiels losgeht oder während des Spiels. Ich weiß es noch nicht. Ich würde sagen, ich probiere es. Ich hoffe, dass ich es hinkriege. Wenn ja, ist es, ihr kennt mich ein komplett unvorbereiteter Stream, vermutlich einfach von meinem Handy und wir labern ein bisschen, während das Spiel läuft und so weiter. Aber ich kann es noch nicht versprechen. Also aktiviert diese komische Glocke oder guckt einfach, wenn das Spiel losgeht, ob ich live bin. Wenn ja, werde ich nicht lange vorher live gehen, vielleicht um zwei oder sowas. Auf jeden Fall nicht vorher. Also ich weiß es noch nicht. Ich probiere es, aber ich will nichts versprechen. Alright, genug gelabert. 16 Spiele liegen vor uns und wir fangen an mit dem ersten Spiel heute Nacht. Übrigens, meiner Meinung nach, und das ist halt auch logisch, Scanty und Maker sehen das ja genauso, aber alle Primetime-Spiele, die wir haben, ich musste bei den Must-Watch-Games am Sonntag um 19 Uhr und dann um 22 Uhr, musste ich ein bisschen überlegen und dann habe ich gesagt, warum, es waren doch geile Spiele. Habe es nur noch mal angeguckt, alle in die Primetime-Slots gepackt. Natürlich nicht zuletzt mit dem Spiel heute Nacht. Wir haben die Ravens, wir haben die Chiefs. Chiefs, logischerweise drin, als am Team der Super Bowl Champion, war ja letztes Jahr auch so, als sie gegen die Lions verloren haben. Und dieses Jahr geht es gegen die Ravens. Ich tippe auf die Ravens. Ich sage, die Ravens machen das Ding. Ich bin extrem gespannt drauf. Woche 1 bis 3, sage ich mal, ist ja immer sehr, sehr viel rumgerate und Bauchgefühl tippen und sowas. Da kann man noch nicht so viel analysieren, weil sich die Teams natürlich immer sehr, sehr viel verändern. Ich bin gespannt auf, natürlich Derek Henry bei den Ravens. Ich bin gespannt drauf, wie manche Abgänge sich bemerkbar machen werden. Zum Beispiel der Patrick-Queen-Abgang bei den Ravens. Zum Beispiel der Jerry Sneed-Abgang bei den Chiefs. Ich bin gespannt auf den Chiefs-Receiving-Cord, die ja vermutlich ohne Xavier Worthy sein werden, wie es zurzeit aussieht. Äh, nicht Xavier Worthy, Entschuldigung. Ohne Tollywood Brown sein werden, wie es zurzeit aussieht. Ich bin gespannt auf Xavier Worthy, das wollte ich sagen. Ich bin gespannt auf das Chiefs-Running-Game. Ich bin gespannt auf das Match-Up zwischen Ravens O-Line und Chiefs D-Line. Es ist hoffentlich ein Spiel auf Augenhöhe. Ich gehe davon aus, dass es ein super spannendes Spiel sein wird, mit zwei der besten Teams, die wir in der NFL haben. Generell zwei der besten Quarterbacks, die wir in der NFL haben. Also ja, super geiles Spiel. Ich sage, die Ravens machen das. Nächstes Spiel. Denkt dran, es ist hier abgesetzt von den anderen Spielen. Da erkennt ihr, es ist nicht am Sonntag das früheste Spiel oder sowas. Es ist Freitagnacht. Das Spiel ist in Brasilien. Oh, ist es in Sao Paulo? Ich habe das Gefühl, dass es in Sao Paulo ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es in Brasilien. Gab ja da dieses Gerücht von wegen, oh, keiner darf grün tragen, weil der Erzrivale fußballmäßig von dem Team, das in dem Stadion spielt, in dem das Spiel stattfinden wird, der trägt grün. Und deswegen darf man da nicht grün wegen Gang Violence und bla bla bla. Ich weiß tatsächlich nicht, wie da die Empfehlung ist von der Liga oder vom Auswärtigen Amt, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall werden die Packers in grün spielen. Also kann es so ernst nicht sein, sage ich mal. Super spannendes Spiel. Auch hier zwei Teams auf einem unterschiedlichen Weg, sage ich mal. Ich denke, das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Ich tippe am Ende auf die Eagles. Ich sage, die Eagles machen das. Aber die Eagles waren letztes Jahr halt so absolut enttäuschend, dass die am Ende nicht höher mitgespielt haben. Super Enttäuschung. Und man hat gedacht, ah, der Roster ist viel zu gut dafür und was weiß ich. Bei den Packers wusste man vor der letzten Saison nicht so genau, wo geht es jetzt hin? Wie spielt Jordan Love natürlich? Wie spielt der sehr junge Receiving Corps? Das wird interessant zu sehen sein gegen die Revamped Secondary, wie man immer so schön sagt. Also die bisschen umgeschraubte Secondary, die jetzt hoffentlich wieder besser spielt als letztes Jahr bei den Eagles. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz, wie die Packers Defense aussehen wird. Ich glaube, das ist definitiv das größere Bedenken, was ich als Packers Fan hätte. Und ich glaube, die Eagles sind offensiv halt sehr eingespielt. Da ist jetzt wenig, was irgendwie an Leistungsträgern neu dazukommt, was du erstmal integrieren musst, abgesehen von Saquon Barkley. Und ich sage mal so, auf Running Back sollte das in der Regel noch am einfachsten gehen. Es ist jetzt nicht so, dass der neue Nummer 1 Receiver oder der neue Quarterback dazugekommen ist oder sowas. Deswegen denke ich, die Eagles haben da vielleicht einen kleinen Vorteil. Packers haben einen neuen Defensive Coordinator, müssen da vielleicht erstmal ins System reinkommen und so weiter. Ich sage, die Eagles gewinnen. Jetzt sind wir bei den Sonntagsspielen angekommen. Also das erste Mal seit tausend Jahren wieder NFL Red Zone für viele von uns. Und ihr seht es in grün eingefärbt. Für alle, die seit der letzten Saison neu dazugekommen sind. Das heißt, das ist mein Must-Watch-Spiel der Woche. Ich habe zwei davon immer. Das sind natürlich nicht welche in den Primetime-Spielen. Bei den Primetime-Spielen gehe ich sowieso davon aus, wenn man die Zeit hat, wenn man nachts wach bleiben kann, wenn man am nächsten Tag nicht irgendwie sehr früh raus muss zum Arbeiten oder wenn einem das egal ist, dann guckt man die. Die guckt man jetzt nicht nur, weil da ein krasses Matchup ist oder so. Am Sonntag geht es darum, dass viele von uns vermutlich irgendwie Red Zone gucken und nebenbei ein Spiel irgendwie sich rausziehen und das einzeln gucken. Manche von uns gucken vielleicht nur ein Spiel einzeln, was auch immer. Und deswegen gebe ich sowohl für den 19-Uhr-Slot am Sonntag als auch für den späten Slot, also die 22.05 Uhr bis 22.25 Uhr Spiele, die anfangen, gebe ich ein Spiel, wo ich sage, von diesen Spielen, die gleichzeitig laufen, ist das meiner Meinung nach das, was man angucken sollte, wenn man nur eins angucken kann. Das ist meiner Meinung nach das Spannendste. Und das sind diesmal die Steelers gegen die Falcons. Häufig ist es so, dass ich in solchen Spielen ein sehr, sehr spannendes Duell habe auf einer Seite vom Ball und hier ist es wieder so. Die Steelers-Defense sollte vermutlich wieder eine der besten Defenses der Liga sein und die Falcons-Offense wurde komplett umgestellt. Das heißt, du hast Kirk Cousins, der die ganze Offense neu erscheinen lässt. Du hast Bijan Robinson in einer neuen Rolle. Du hast hoffentlich Kyle Pitts in einer neuen Rolle. Und dementsprechend wird das der absolute Härtetest direkt im ersten Spiel für die Falcons-Offense. Und ich bin einfach sehr gespannt darauf, wie die aussieht. Wenn ihr jetzt gut mithält mit der Steelers-Defense, könnte man immer noch dafür argumentieren, ah, Woche 1 passieren komische Sachen und so. Aber gleichzeitig wäre es dieses erste Indiz in Richtung, uh, Falcons, diese Aktion von wegen All-In mit Kirk Cousins und so, hat offensichtlich funktioniert. Also All-In kann man es vielleicht nicht nennen, wenn in der ersten Runde ein Backup-Quarterback gedraftet wurde, aber was auch immer. Aber deswegen glaube ich, das ist ein super interessanter Maßstab. Es sind nicht diese absoluten Knallerspiele, wie jetzt in Ravens-Cheefs oder sowas am Sonntag. Und dementsprechend glaube ich, Steelers-Falcons ist für mich das Interessanteste. Ich tippe am Ende auf die Falcons. Nicht zwangsläufig wegen des Matchups, was ich gerade angesprochen habe, von dem Falcons-Offense gegen Steelers-Defense, sondern wegen der anderen Seite vom Ball. Ich glaube, die Falcons-Defense ist besser geworden auf jeden Fall. Gerade jetzt eines der besten Defensive Backfields, was du hast in der NFL. Mit mindestens einem richtig guten Corner und zwei sehr, sehr starken Safeties. Ein Judon dazu, der die Front dann nochmal besser macht. Und ich bin immer noch, ich weiß nicht, Steelers-Offense gucke ich mir an und habe nicht so viel Hoffnung. Deswegen sage ich Falcons, aber das könnte auch ein sehr knappes Spiel werden. Nächstes Spiel, Cardinals gegen Bills. Das wäre eigentlich das Logischste gewesen für meinen Lock der Woche, weil es die zweithöchste Quote ist, glaube ich. Oder die dritthöchste? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr hohe. Und die meisten Spiele sind wirklich nur, das eine Team ist drei Punkte Favorit, das andere Team ist drei Punkte Favorit, dreieinhalb Punkte, sowas in dem Dreh. Häufig sagt man ja auch, ich glaube heutzutage nicht mehr so ganz, aber als ich angefangen habe, Rupert zu gucken, waren diese drei Punkte immer irgendwie automatisch der Bonus, den das Heimteam gekriegt hat. Deswegen, wenn das Heimteam quasi drei Punkte Favorit war, dann wusste man, die Wettmacher gehen davon aus, dass die Teams ungefähr gleich gut sind und das war dann automatisch dieser Heimvorteil, der dazu gekommen ist. Aber ja, Bills sind auf jeden Fall relativ hoher Favorit gegen die Cardinals, aber ich bin mir einfach nicht sicher. Ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, die Offseason, ich mache mir ein kleines bisschen Sorgen um die Bills. und die Cardinals sind ein Team, was letztes Jahr auf jeden Fall excelled ist in diesen, oh, wir sind der absolute Underdog-Spielen. Da waren die auf einmal gefühlt besser als in den Spielen, wo man gesagt hat, ah, vielleicht auf Augenhöhe, da waren sie dann meistens nicht so gut. Und das ist natürlich absolut eins davon. Es ist allerdings in Buffalo und gleichzeitig denke ich, dass selbst wenn ich mir Sorgen mache um die Bills und wenn ich sage, oh, die Cardinals sind vielleicht besser als man denkt, ich weiß immer noch nicht, ob es aneinander vorbeigerutscht ist, ich denke, die Bills sind das bessere Team. Es ist in Buffalo Bills gewinnen. Titans-Bears wäre fast mein Must-Watch-Game der frühen Spiele gewesen. Statt Steelers-Falcons ist es dann am Ende nicht, weil ich ehrlich gesagt nicht, das Ding ist, ich wollte gerade sagen, ich habe nicht so Lust auf die Titans, aber doch habe ich. Das ist das Geile an NFL-Football Woche 1. Man hat Bock auf jedes einzelne Spiel. Ich kann euch in jedem Spiel 5, 6, 7 Sachen sagen, auf die ich richtig Bock habe, wo ich richtig gespannt drauf bin, die zu sehen. Und bei den Titans natürlich auch. Wie kommt der neue Receiving-Core klar? Wie wird das Running-Game jetzt, was umgestellt wurde, natürlich ohne Derrick Henry funktionieren? Wie sehr hat sich Will Levis entwickelt? Wie sieht die Defense aus? Wer wird sich da als absoluter Playmaker, abgesehen von Simmons natürlich, herausstellen? Also da sind auch interessante Sachen drin. Aber das definitiv interessantere Team für alle neutralen Zuschauer sind logischerweise die Bears. Haben sehr, sehr viel geändert. Haben mit Romo Dunse, Keenan Allen, DeAndre Swift neue Leute dazugekriegt. Caleb Williams ist natürlich auch der, auf den man am gespanntesten ist. Es ist auch da wieder in Chicago. Ich tippe auf das Heim-Team, ich sage, die Bears gewinnen. Aber hier ist vielleicht auch, selbst wenn sie gewinnen, die Frage, wie hoch gewinnen sie? Nach Woche 1 kann man sowieso noch nicht wirklich Schlüsse ziehen. Wir werden versuchen, das zu machen so, aber Woche 1 hat manchmal eigene Regeln. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich sehe irgendwie nicht, dass es so ein okayes Spiel von der Bears Offense und Caleb Williams ist. Ich denke, es wird entweder ein richtig, richtig gutes Spiel, nachdem alle sagen, oh mein Gott, wir haben den nächsten Mahomes, oder es wird ein Spiel, wo er struggelt und Leute vielleicht sagen, ah, vielleicht war es doch noch ein bisschen zu früh und er muss sich länger entwickeln. Ich glaube, längerfristig über die Saison wird er sehr, sehr gut aussehen, aber dieses eine, dieses eine erste Spiel kann in beide Richtungen gehen und ich sehe es irgendwie nicht in der Mitte sein. Ich denke, die Bears gewinnen. Nächstes Spiel, Patriots gegen Bengals. Das war das Spiel mit der höchsten Quote. Das war dementsprechend für mich eliminiert. Da konnte ich nicht den Lock der Woche draufsetzen. Ich gehe mit der Quote. Ich sage, die Bengals gewinnen. Ich glaube, die sind 8,5 Punkte Favorit, was für NFL Football und für Woche 1 schon wirklich, wirklich sehr, sehr viel ist. College Football geht es schnell mal in. Jemand ist 30 Punkte Favorit und so, aber in der NFL ab und zu sieht man zweistellige Favoriten, wenn dann jemand 10,5 Punkte Favorit ist, 12,5 oder so, aber normalerweise bewegt sich das alles zwischen Even und ich sage mal 6,5 Punkten Favorit oder so. 6,5 wäre schon relativ viel. Deswegen jetzt hier diese 8,5 Punkte, die die Bengals kriegen bei den Wettmachern, das ist schon echt, echt viel. Jetzt heute war Jamal Chase oder für euch gestern war Jamal Chase wieder im Training, was ein sehr gutes Zeichen ist. Ich glaube, die Patriots werden gerade offensiv wirklich Zeit brauchen, um sich zu finden, was auch definitiv der Grund ist dafür, dass Drake May nicht von Anfang an spielt. Ich sage, die Bengals gewinnen. Jetzt kommt mein Lock der Woche. Wir haben ein Divisional Matchup, wir haben die Texans, wir haben die Colts. Ich mache es nicht spannend. Wenn ich auf die Colts getippt hätte, wäre das nicht mein Lock der Woche. Ich tippe auf die Texans und ich sage, das ist mein Lock der Woche. Viele Leute, ich habe es gestern im Power Ranking schon gesagt, sind glaube ich zur Zeit bei so einem Hype Fatigue angekommen, dass sie sagen, ja okay, ist jetzt gut mit den Texans. Ich glaube, bei den Lions ist es auch ein bisschen so, ist jetzt gut mit den Lions. Wir haben jetzt genug geredet über diese Lovable Losers, die jetzt wirklich bei den Top Favoriten mit drin sind. Aber ich glaube, bei den Texans ist es nicht aufgeplustert und es ist nicht all Hype und nichts dahinter. Ich glaube, das ist. Ich habe es erwähnt, einer der besten Receiving Cores meiner Meinung nach in der Liga. Ich glaube, wirklich die Zange von Will Anderson und Daniel Hunter wird brutal sein. Interessante Spieler im Backfield, natürlich mit einem Jayne Petrie, der da ist, vor allem mit einem Derek Stingley Jr. Also ich glaube, die Texans sind ein richtig gutes Team und ich glaube, Anthony Richardson braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Die Offense wird auch hier extrem interessant zu sehen sein von den Colts, wie es jetzt wirklich aussieht, wenn sie wirklich ihr Scheme spielen und nicht so Preseason bisschen Vanilla einfach normale Plays spielen. Also eventuell überraschen die die Texans auch komplett und outschemen und outcoachen die komplett. Wer weiß, ich war mir bei keinem Spiel extrem sicher, deswegen musste ich jetzt das nehmen, irgendwo muss ich draufsetzen. Muss ich natürlich nicht, sind meine eigenen Regeln, aber laut meinen eigenen Regeln muss ich irgendwo draufsetzen und ich sage, die Texans gewinnen. Das erste Auswärtsteam seit langem hier, auf das ich tippe. Nächstes Spiel, Jaguars gegen Dolphins. Die Jaguars haben oder werden, denke ich, ihre Probleme haben mit der Offense, mit den Receivern und auf der anderen Seite die Defense von den Jaguars ist jetzt auch nichts, was mich so extrem aus den Socken haut. Ich glaube, dass Josh, oh Gott, Alan Hines oder Heinz Allen? Alan Hines? Shit, jetzt weiß ich nicht mehr, wie rum. Er auf jeden Fall, ich kann mir vorstellen, dass er einen guten Tag haben wird gegen die Dolphins O-Line. Ich weiß allerdings nicht, ob das dann am Ende statistisch sich wirklich bemerkbar machen wird, abgesehen von Pressures natürlich. Also wenn ich mir nur den Boxscore angucke, ohne Pressures, ohne diese ganzen Advanced Stats, weiß ich nicht, ob er da eine große Rolle spielen wird, aber ich glaube, für das Spiel könnte er wichtig sein und ich glaube, die Dolphins werden einen Gameplan für ihn haben und ich glaube, die Dolphins werden versuchen, den Ball schnell rauszubringen, machen sie sowieso, und zwischendurch dann ihre Shots zu nehmen. Ich glaube, die Receiver und generell die Offense der Dolphins ist zu viel, könnte eine Art Shootout werden, aber dafür vertraue ich, Jaguars Offense noch absolut nicht genug, weil die letztes Jahr auch super inkonstant war. Ich sage, die Dolphins gewinnt. Nächstes Spiel, wir haben Panthers Saints. Das ist ein Kandidat für das Dreckspiel der Woche, aber Dreckspiel der Woche mache ich nicht mehr und erst recht nicht in Woche 1, da gibt es kein Dreckspiel der Woche. Also auch hier super interessante Sachen, wie sieht die umgewandelte Panthers Offense jetzt aus? Kommt Xavier Leggett direkt gut rein? Wie sieht Bryce Young aus? Wie sieht das neue Russian Game von den Panthers aus? Wie kommt die Defense klar ohne einen Brian Burns und so weiter? Generell, wie gut wird die Defense spielen? Auf der anderen Seite die Saints. Welchen Derek Carr werden wir sehen? Wie werden die Receivers spielen? Wer kann Chris Olave verteidigen? Solche Sachen. Welche Form von Alvin Kamara werden wir sehen? Das ist ein Division-Duell, eins von relativ wenig Division-Duellen, glaube ich. Wir haben die Texans Colts, über die wir geredet haben. Wir haben das Spiel. Wir haben Raiders Chargers nachher noch. Und das war es mit Division-Duellen. Also ja, relativ wenig Division-Duelle Woche 1, aber eigentlich finde ich das cool, weil diese Division-Duelle sind immer so extrem wichtige Spiele und die irgendwie ein bisschen später in der Saison zu haben, wenn man die Teams schon besser einschätzen kann, wenn die sich ein bisschen besser gefunden haben, finde ich irgendwie cooler, als wenn es Woche 1 ist. Also ich bin froh, dass die Lions keine Division-Duellen Woche 1 haben, zum Beispiel. So, wieder zu dem Spiel zurück. Ich sage, die Saints sind momentan noch eine Stufe zu hoch für die Panthers. Ich bin nicht der größte Saints-Fan, wisst ihr jetzt, über die letzten Jahre. Ist einfach meiner Meinung nach kein besonders schöner Football. Eine Sache, auf die ich da auf jeden Fall noch mein Auge legen würde, ist Taysom Hill. Der hat jetzt im Camp, gab es da ein paar Videos und Preseason weiß ich gar nicht genau, ob ich das jetzt mir nur einbilde oder ob es auch in der Preseason gemacht wurde. Auf jeden Fall wirkt es ein kleines bisschen, als ob die Saints versuchen würden, ihren eigenen Jus-Chick zu finden und mit Taysom Hill auf Fullback-Serum experimentieren. Und das, da könnte ich mir vorstellen, dass es Woche 1, wenn gegnerische Teams davor noch nicht allzu viel gesehen haben, dass es wirklich einen Einfluss haben wird. Und ich glaube auch nicht, dass man jetzt hier sagt, oh, wir wollen das Woche 1 nicht direkt rausballern. Ich habe es eben gesagt, es ist ein Division-Game, es ist super, super wichtig. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir da das ein oder andere, den ein oder anderen interessanten Look mit Taysom Hill auf Fullback sehen, Saints gewinnen. Vikings bei den Giants, das sind auch zwei Teams, von denen man jetzt erstmal nicht die Welt erwartet dieses Jahr, die aber beide eventuell ein kleines bisschen unterm Radar schwimmen. So, die Giants kann man gefühlt nach letzter Saison und in der letzten Saison nicht ernst nehmen, wegen der O-Line. So, und was haben sie logischerweise versucht zu verbessern in der Off-Season? Die O-Line. Daniel Jones ist jetzt das erste Mal seit langem, dass wir ihn sehen, wieder richtig fit. Der war vorher, bevor er sich Season-Einding verletzt hat, auch angeschlagen und hat jetzt vermutlich die beste O-Line. Ich überlege, ob ich irgendwen vergesse. Definitiv die beste O-Line, auf dem Papier zumindest, die er in seiner Zeit in der NFL hatte. Gleichzeitig ist es das erste Spiel von Malik Neighbors, wo ich sehr gespannt drauf bin, gerade weil die Vikings jetzt nicht einen wirklichen Shutdown-Corner haben, wo ich sage, oh, das könnte ein geiles 2L sein, sondern eigentlich sehe ich Malik Neighbors einen guten Vorteil haben gegen die Secondary von den Vikings. Frage ist, wie viel Zeit hat Daniel Jones und wie ist Daniel Jones generell drauf? Wie sieht das neue Rushing-Game aus von den Giants ohne Seiko und Barclay? Auf der anderen Seite sehr gespannt, wie die Vikings Defense spielt, ob die versuchen, sich irgendwie anzupassen, ob die was anderes machen oder ob es letztendlich das System vom letzten Jahr ist, wo die Vikings ja oft zitiert, das Team war, was am häufigsten nur drei Spieler gebracht hat, also was am häufigsten Coverage gespielt hat quasi und so minimalen Passrush und wir covern hier einfach alles ab mit acht Leuten. Gleichzeitig dann aber auch das Team war, was am häufigsten sechs oder mehr Leute geschickt hat beziehungsweise oder mehr ist kritisch, weil sieben sehr, sehr selten, aber ja, also gefühlt war bei den Vikings wirklich das Ding, okay, entweder wir senden fast keinen und covern alles oder wir covern fast gar nicht und senden alle und das ist ein super interessantes Ding. Ich wünschte Teams in unteren Ligen würden das mehr machen. Ich glaube in so Ligen wie der GFL zum Beispiel oder auch in manchen Colleges, aber gerade in europäischen Ligen und dann auch unterhalb von der GFL, Zweite Liga, Dritte Liga, Vierte Liga, ich glaube das ist eine richtig, richtig gute Strategie. Ich hoffe, das wird die nächsten Jahre ein bisschen rüberschwappen und wird häufiger passieren, aber ja, mal gucken, ob das so geblieben ist oder ob die irgendwie ein neues, interessantes Scheme fahren, vielleicht mehr Simulated Pressure und was weiß ich. Ich tippe am Ende auf die Vikings, selbst wenn da Sam Darnold als Quarterback reinkommt. Sehr gespannt auch auf die Giants D-Line, sehr gespannt auf Aaron Jones, wie der spielen wird, jetzt bei den Vikings und in meinem Fantasy Team. Uh, da überlege ich gerade, ob ich den vielleicht sogar rausnehme. Egal, Woche 1 wird sowieso alles geraten. Ja, ich sage die Vikings gewinnen, aber auch das ist in meinem Kopf ein sehr, sehr knappes Spiel. So, wir kommen zu den späten Spielen. Wir haben die Raiders bei den Chargers. Ganz schwer einzuschätzen für mich beide Teams. Das war so ein Ding, wo ich eigentlich auf keinen tippen wollte. Ich habe erst gedacht, ich habe erst die Chargers gesehen und habe gedacht, ah, Chargers brauchen, glaube ich, ein bisschen, um in die Saison reinzukommen. Neuer Head Coach, neue Scheme, Run Heavy, jada, jada, jada. Dann tippe ich auf das andere Team. Dann habe ich rüber geguckt und gesehen, oh, sind die Raiders. Ich weiß nicht, ob ich früh in der Saison auf die Raiders tippen will. Ja, D-Line auf jeden Fall mit Max Crosby und Christian Wilkins sehr gespannt darauf zu sehen, wie das funktionieren wird. Gerade in dem Matchup jetzt gegen die Chargers Offense. Aber ja, ich vertraue letztendlich beiden Teams nicht wirklich. Mal gucken, ob eins davon mindestens mich überrascht. Vielleicht spielen auch beide auf einmal richtig geilen Football und am Dienstag stehe ich hier im Spieltagsrückblick und schwärme von dem Spiel. Ich habe am Ende auf die Chargers getippt, weil ich gesagt habe, die haben den besseren Quarterback und eventuell erwischen die die Raiders auf dem falschen Fuß mit dem Running Game. Selbst wenn das schwer wird gegen Crosby und Wilkins. Aber ja, ich tippe auf die Chargers am Ende vielleicht auch, weil sie zu Hause spielen, I guess. Broncos bei den Seahawks, das war das andere Spiel, was eine hohe Quote hatte. Also die allerhöchste Quote, was sich hier eliminiert hat, war Patriots at Bengals und dann die nächsten beiden Spieler, die einzigen beiden, die noch eine ziemlich hohe Quote hatten oder einen ziemlich hohen Favoriten, sage ich mal, war Cardinals at Bills und jetzt hier Broncos at Seahawks. Also Seahawks war verhältnismäßig großer Favorit. Ich tippe auch auf die Seahawks. Bo Nix, ihr wisst, ich war im Draft nicht allzu hoch auf ihm. Es heißt nicht immer zwangsläufig, dass ich von dem Quarterback oder von dem Receiver und was weiß ich, Receiver ist ja sowieso sehr umstandsabhängig, aber dass ich von dem Quarterback, den ich in meiner Draftanalyse am höchsten hatte, direkt am frühesten, am meisten erwarte, weil letztendlich bewerte ich ja Potenzial und nicht, wer ist am meisten NFL-ready. Ich glaube schon, Bo Nix ist einer von den Quarterbacks, die vielleicht NFL-ready sind, aber es kommt auch immer darauf an, wie sehr ihnen mit Scheme geholfen wird und wie einfach ihnen das Spiel am Anfang der Saison gemacht wird, wie wenig sie machen müssen. Ich würde zum Beispiel davon ausgehen, dass Bo Nix nicht selber die Protection calls, sondern dass es von allein gemacht wird. Wenn ihr Broncos-Fan seid und das zufällig wisst, irgendwie gelesen habt aus dem Trainingscamp oder sowas, schreibt es uns auch sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich tippe auf die Seahawks, wie gesagt, ich glaube, die Defense wird erstmal noch ein bisschen zu viel sein für die neu geformte Denver Offense. Auf der anderen Seite vom Ball Receiving Call ist stark, Kenneth Walker ist sehr, sehr stark, die O-Line ist verbessert, Gino Smith, ich bin kein Fan, aber er weiß, wie man ein Spiel sehr, sehr gut managt und er spielt in der Regel smarten Football, nimmt keine dummen Entscheidungen und sowas. Bin super gespannt auf das Duell, hoffentlich, ich hoffe, er travelt mit ihm, Pat Sertain, der gerade verlängert wurde, gegen DK Metcalf, weil das kann eins der der physischsten Receiver-Cornerback-Duelle sein, was es überhaupt geben kann in der NFL. Aber ja, wie gesagt, am Ende sage ich, die Seahawks machen das. Mein Must-Watch-Game der späten Spiele und das war es auf jeden Fall wert. Das und das Spiel da drunter sind noch die späten Spiele, die anderen beiden sind natürlich dann Nacht-Prime-Time-Spiele. Das heißt, es sind nur vier späte Spiele. Fällt mir gerade auf. Sehr gut. Manchmal sind es zu viele Spiele, zum Beispiel in diesem ersten Zeitraum, in dem 19-0-Zeitraum, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spiele. Da ist ein bisschen zu viel. Wir werden zwar die Octobox sehen, aber da kriegt man halt dann von nichts mehr was mit. Aber egal. Cowboy-Spielen bei den Browns. Super geiles Spiel. Letztes Jahr zwei der besten Rennteams, zwei der besten Defenses auf jeden Fall. Und wir sehen halt das erste Mal jetzt wieder einen Deshaun Watson. Wir haben einen guten Receiving-Core bei den Browns. Wir haben gute Cornerbacks bei den Cowboys. Wir haben eine ziemlich gute O-Line bei den Browns. Wir haben eine echt gute D-Line bei den Cowboys. Also das Duell ist schon erst mal interessant. Das Parade-Duell, das wirklich Interessante ist, meiner Meinung nach, aber auf der anderen Seite vom Ball. Cowboys Offense war letztes Jahr ziemlich gut. Und die Browns Defense war letztes Jahr sehr, 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 sehr gut. Auch hier wird ein bisschen die Frage sein, wer verteidigt den CeeDee Lamb? Und aus Cowboys Perspektive könnte das eine sein, was sie dann am Ende im Stich lässt. Was ist mit dem Running Game los? Ich bin ehrlich gesagt nicht wirklich überzeugt, dass ein 37 Jahre alter Ezekiel Elliott und ein 41 Jahre alter Delvin Cook da wirklich so eine krasse Bereicherung sind. Aber wir werden sehen. Kann auch sein, dass einer davon oder beide auf einmal den absoluten Jus wiedergefunden haben und hinter der O-Line da jetzt performen. O-Line auch ein, ja nicht wirklich ein Fragezeichen, ist immer noch einer der besseren O-Lines, aber im Vergleich zum letzten, vorletzten Jahr auf jeden Fall ein kleines Fragezeichen. Ich tippe trotzdem am Ende auf die Cowboys. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie viel ich von der Browns Offense erwarten kann und deswegen die beiden Defenses werden stark sein. Ich glaube, die Cowboys Offense wird auch immer noch gut mithalten können und dann ist die eine von den vier Hauptunits, Special Teams rede ich jetzt nicht drüber, wo ich wirklich nicht ganz sicher bin, ist dann die Browns Offense und dementsprechend tippe ich auf die Cowboys in meinem Must-Watch-Game der späten Spiele am Sonntagabend. Commanders at Buccaneers, Jaden Daniels wird hier sehr interessant zu betrachten sein. Buccaneers auf der anderen Seite nicht wirklich viele Einzelspieler, wo ich sage, oh, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, aber ich frage mich, wie Baker funktioniert. Der ist jetzt halt auch wieder ein Jahr länger im System. Der hat eine neue, oder nicht eine neue, aber der hat auch wieder eine verbesserte Chemie mit den ganzen Leuten, die da geblieben sind und es sind offensiv echt, echt viele Leute da geblieben. Richard White wird interessant zu sehen sein. Bei den Commanders wird sehr, sehr, sehr viel erstmal auf den Quarterback geachtet werden und sehr viel vom Quarterback abhängen. Auch hier bin ich gespannt, wie das klassische Running Game quasi funktionieren wird. Also jetzt nicht mal nur, wenn die Running Backs laufen, sondern wie oft und wie erfolgreich sie normales Running Game ohne jetzt irgendwie eine Read Option oder sowas spielen werden. Weil auf der einen Seite brauchst du das irgendwo, auf der anderen Seite ist es halt sehr verlockend, wenn du so einen extrem mobilen, sehr, sehr athletischen Quarterback hast, immer so eine Option hinten dran zu hängen. Von wegen, ja, und wenn du denkst, du hast eine Lücke, dann zieh den Ball und lauf einfach. Aber du musst auf der anderen Seite deinen Quarterback auch beschützen. Deswegen, ja, wird interessant zu sehen sein, was die Commanders offensiv schematisch machen. Ansonsten Matchup Commanders Receiver gegen Buccaneers Defensive Backs wird auch super interessant für mich. Am Ende tippe ich auf die Buccaneers, weil Rookie Quarterback auswärts gegen eine gute Defense, gegen eine sehr gute Rushing Defense vor allem, also wird da vermutlich relativ wenig entlastet werden vom Rushing Game. Tippe ich erstmal gegen den Rookie Quarterback. So, wir sind Sonntagnacht angekommen und wir haben direkt erstmal ein kleines Grudge Match, ein kleines Rematch von den Playoffs letztes Jahr. Wieder Rams at Detroit. Ihr wisst, ich bin pessimistischer Lions-Fan, ne? Ich tippe auf die Rams, aber ich kann es begründen. Manche von euch nervt es jetzt vermutlich und die denken, oh, JD, mach doch sowas nicht. Und ich hab auch schon im Zeichen der Offenheit, ähm, ich glaube, jedes Jahr, sage ich das immer wieder, ich hab euch schon meine Theorie erklärt, in Matchups, wo ich sag, die sind ungefähr 50-50 mit den Lions, tippe ich meistens gegen die Lions, dass ich mich dann wenigstens vielleicht ein kleines bisschen freue, dass ich den Pick richtig hab, wenn die Lions verlieren. Und wenn nicht, wenn ich den Pick falsch hab, dann freu ich mich, weil die Lions gewinnen. Das ist so ein kleines bisschen meine Strategie, aber ich hab tatsächlich Gründe. Ähm, das größte Problem der Lions letztes Jahr und vor allem dann auch im Spiel gegen die Rams waren die Defensive Backs und war die Secondary generell. Jetzt kann man sagen, okay, jemand, der letztes Jahr hinten raus in den Playoffs gestartet hat auf Running Back, ist Kindle Wildor bei den Lions und der ist jetzt vermutlich Cornerback 6. Ähm, also da hat sich schon sehr, sehr viel getan in der Offseason, aber von der Starting Secondary, die haben kein einziges Mal miteinander gespielt, ich hab's letztens schon mal erwähnt, da war immer irgendwer zwischendurch verletzt. Und das macht mir, ehrlich gesagt, ein kleines bisschen Sorgen. Ähm, und deswegen, gerade mit einer, mit einer Sean McVay, ähm, Offense, wird sehr, sehr schwer da, ohne jetzt irgendwie die krasseste Chemie zu haben im Defensive Backfield, das Woche 1 aufhalten zu können. Gleichzeitig glaube ich, das Running Game von den Rams wird besser sein als letztes Jahr, jetzt mit Black Corp, von Kyle Williams. Ähm, Stafford ist fitter jetzt, als er in den Playoffs war. Und die nächste Sache ist, Lions Offense, es fehlt wirklich dieser dritte Receiver, beziehungsweise es fehlt eventuell der zweite Receiver, wenn Jameson Williams nicht so funktioniert, wie Lions Fans sich das erhoffen. Und gleichzeitig weiß ich auch nicht, wie fit die O-Line schon ist, auch da war immer mal wieder der eine oder andere angeschlagen. Ähm, und sobald da einer rausfällt, ist Krise für die Offense. Also ich kann mir vorstellen, dass es ein Highscoring Game wird. Ich sehe ehrlich gesagt kein Blowout in die ein oder andere Richtung passieren. Ich gebe mit, dass es zwei der besten NFC Teams sind. Zwei der besten fünf meiner Meinung nach NFC Teams. Ähm, Rams sehr, sehr jung. Lions stellenweise sehr jung. Ähm, aber ja, ich tippe auf die Rams. Ich sehe einfach ehrlich gesagt das Passing Game trotz der umgestalteten Defense nicht so gut aufhaltbar aus Detroit-Sicht. Ähm, aber es, äh, es ist schon wirklich sehr nah an einem Cointos für mich. Jets gegen 49ers. Das ist der Abschluss von Woche 1. Das ist Montagnacht das Spiel und das ist die lang erwartete Rückkehr von Aaron Rodgers. Direkt auch wieder in Primetime natürlich. Ich glaube, letztes Jahr war auch in Primetime, ne, wo er sich verletzt hat. Und gleichzeitig haben wir bei den 49ers Trent Williams, der jetzt zurückgekommen ist, der seinen Holdout beendet hat, der seinen neuen Vertrag gekriegt hat. und ich glaube tatsächlich, dass das einen Unterschied gemacht hätte. Ich weiß nicht, ob ich auf die 49ers getippt hätte, wenn er nicht da gewesen wäre. Ich glaube, Brock Purdy wird sowieso schon seine Schwierigkeiten mit der Jets Defense haben. Ich glaube, das Running Game wird Probleme mit der Jets Defense haben. Aber Trent Williams ist halt wirklich einer der besten drei mindestens Offensive Tackles in der NFL. Es sei denn, man geht jetzt davon aus, dass er auf einmal komplett abbaut dieses Jahr. Einfach nur, weil er älter ist, gehe ich nicht davon aus. Auf der anderen Seite, ich glaube auch, die Jets Offense wird struggeln gegen die 49ers Defense. Es sei denn, und das könnte der Grund dafür sein, dass die Jets gewinnen, wenn sie früh im Spiel ein Running Game etablieren können, gerade eins zwischen den Tackles, dann wird es schwer für die 49ers da nochmal großartig reinzukommen. Dann müssen die vermutlich Single High spielen und das sehe ich ehrlich gesagt nicht gut enden gegen die Jets Offense mit einem fitten Aaron Rodgers. Ich glaube übrigens, ich habe vorhin überlegt, ich glaube der letzte Spieler, der in einem normalen Spiel, was was gezählt hat in der NFL, einen Ball gefangen hat von Aaron Rodgers als Kirby Joseph. Aber egal. Ja, also ich glaube, es wird ein Spiel auf einem extrem hohen defensiven Niveau. In der Regel sollte man davon ausgehen, wenn Aaron Rodgers fit ist, dass die Jets Offense gut spielt. Man sollte auf jeden Fall davon ausgehen, weil es einfach das Letzte ist, was wir gesehen haben, dass die 49ers Offense gut funktioniert. Und dementsprechend könnte es ein Spiel auf einem insgesamt extrem hohen Niveau sein. Also ich glaube wirklich, das erste Spiel, was wir heute Nacht haben und dann das letzte Spiel, was wir Montagnacht haben, könnten die beiden, ja, vom Niveau her besten Spiele am Wochenende sein. Heißt nicht, dass es unbedingt die spannendsten Spiele sind, vielleicht sind die ein bisschen lower scoring oder so, aber einfach von dem Level an Football, was da gespielt wird, auf beiden Seiten kombiniert, sind das geisteskranke Spiele. Ich tippe erst mal auf die 49ers natürlich, aber uff. Also wir haben wirklich richtig gute Spiele am ersten Wochenende. Alright, das war es mit dem Video. Lasst mir sehr, sehr gerne eure Tipps in den Kommentaren da. Ich hoffe, ihr habt genauso Bock wie ich. Vielleicht sehen manche von euch und ich uns nachher dann im Stream. Ich hoffe, dass ich streamen kann, wirklich. Wenn nicht, werde ich vermutlich kurz tweeten, vielleicht auf Instagram was schreiben, dass ich nicht streamen kann oder sowas. Aber ja, hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Lektor, wenn ihr neue Seiten nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.